Seit über 30 Jahren kümmert sich die Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V. hier in Leipzig um krebskranke Kinder und ihre Familien. Uns geht es insbesondere um die psychosoziale Begleitung der Betroffenen und wir versuchen sie dabei auf ihrem Weg während der Intensivtherapie im Krankenhaus und auch darüber hinaus in der Nachsorge bestmöglich zu betreuen. Das heißt Sport, Musik, Kunsttherapie. Insbesondere das Sportprojekt wird sich ja auch hier bei diesem tollen Event im Hauptbahnhof widerspiegeln. Wir werden unsere Kinder animieren und hoffen aber auch, dass ganz viele von ihnen mitmachen, dabei sind, spenden und natürlich sich aktiv beteiligen. Eine großartige Geschichte, an der wir sehr, sehr gerne teilhaben und wir hoffen, dass auch sie sich inspirieren lassen, mitmachen und motiviert sind, uns und all den betroffenen Kindern zu helfen. Vielen Dank schon jetzt!